Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal ein bisschen in eine andere Richtung. Ich habe, ja, sagen wir mal so, etwas ähnliches als ein Comic bzw. ein Buch, nämlich ein Bilderbuch, was man lustigerweise im Buchleben dann eher auch in der Kinderabteilung findet. Aber ich habe mir das Bilderbuch mal angeguckt und ja, es gibt halt auch Bilderbücher, die sowohl für Kinder wie auch Erwachsene ist und auch zum Nachdenken anträgt und auch tolle Illustrationen haben. Und da habe ich mir das Buch vielleicht geholt. Ja, geschrieben von Kobi Yamada und illustriert von Gabriela Baruch. Gabriela Baruch, Top-Illustratorin, muss man einfach so sagen, eine Geschichte über die unendlichen vielen Begabungen jeden von uns. Diese Geschichte möchte ich dir zeigen, wie viele Begabungen in dir schlummern. Lerne dich kennen, träume und lasse dich von dir und dem Leben überraschend. Vielleicht, ja, vielleicht, wirst du deine kühnsten Träume übertreffen. Und ich finde das Cover einfach schon mal so richtig schön irgendwie. Und auch den Titel einfach so einfach nur so simpel vielleicht irgendwie. Das weiß ich nicht, also das hat mich schon sehr angesprochen. Dann habe ich bemerkt halt, dass es einige Leute da gekauft haben. Und dann dachte ich mir so, jo, das muss ich mir mal auch angucken. Dann habe ich es mir halt ein bisschen durchgeblättert und genauer angeguckt und bin zu dem Schluss gekommen, jo, das möchte ich mir holen. Und ja, dieses Buch hat halt keine strikte Story oder so. Es hat halt ja einzelne Illustrationen, wo dann einzeln immer was dazu steht. Zum Beispiel hast du dich jemals gefragt, warum du hier bist und setzt halt einfach so welche Denkanstöße und ja, sagen wir mal so, könnte für den einen oder anderen Hoffnung bringend, Hoffnungsschöpfend sein, sagen wir mal so. Weil das Buch fühlt sich sehr so an, als wäre es gerichtet an Menschen, die nicht gerade unbedingt jederzeit glücklich in ihr Leben sind oder waren. Und vielleicht ist ja auch der Autor nicht, kennt sich selber mit so welchen Sachen aus oder möchte zumindest etwas dabei tragen. Und ja, also ich finde, man kann es sich auch so holen. Also es ist toll illustriert mit tollen Zeichnungen. Ich jetzt, wenn wir das in der Comic-Bereich jetzt vergleichen, na gut, da habe ich jetzt mit David Marquess oder Jim Lealy mehr Spaß. Aber wenn man das auch noch so, weil ich bin manchmal in der Kinderbuchabteilung tätig und sehe dann, wie viele Sachen es gibt, wo man ganz klar sagen kann, ja hier kommen, das ist was für Kinder. Gut, es gibt viele Erwachsene, die dann auch diesen kindlichen Humor mögen. Das ist auch schön, solange sie Spaß daran haben. Ist ja auch gut, aber ich bin da halt jetzt nicht so zu begeistern für. Aber das hier hat auch einfach so von der Kolorierung, vom Zeichnungsstil, das ist einfach viel ernster und dann doch nicht so ernst, sondern halt immer noch kindlich, weil man es hier auch mit einem kleinen Mädchen und einem kleinen süßen Schweinchen zu tun hat, die irgendwelche Bilder machen, die aber dann halt auch Metaphern sind. So den jeweiligen Sachen, die dann dazu stehen. Die dann auch klein und fein sind einfach und die trotzdem ein, wenn man sich darauf einlässt, auch zum Nachdenken anregt, die einfach sehr gut sind, finde ich. Also stimmt, ich muss noch die zwei schönsten Bilder zeigen in meinen Augen. Das hier haut mich halt richtig um, also ich mag das generell dann auch so mit dem dunklen Hintergrund und dieser Eisbär sieht richtig gut aus und auch die Eule, das gefällt mir richtig gut. Dann auch noch hier das nächste, das ist, finde ich, noch besser, hier mit den ganzen Eisbären. Das ist richtig toll und schön gezeichnet, so ein riesen Eisbär, der da halt mit dem kleinen Mädchen knuddelt praktisch, finde ich richtig schön. Hierbei steht, vielleicht wirst du für jene deine Stimme erheben, die nicht für sich selbst sprechen können. Könnte man zum Beispiel, keine Ahnung, Umweltschutz, Tierschutz mitinterpretieren, könnte man, muss nicht. Oder auch einfach für andere Menschen, die man helfen kann oder Lebewesen generell. Und einfach, weiß ich nicht, so schöne Sachen. Und es könnte halt wirklich sein, das habe ich auch schon bei ein paar mitbekommen, dass die Leute, denen es etwas schlechter geht, die vielleicht sogar an Depressionen leiden, könnte so ein Buch doch vielleicht sogar ganz schön sein. Weil, ja, schöne Illustrationen, wie ich schon gesagt habe, aber auch hoffnungsvolle Sprüche irgendwie so, die vielleicht einem auch Mut bringen können, wäre möglich, und einfach Spaß machen. Und dann auch ein bisschen aufzeigen, dass das Leben von jemandem Einzelnen immer was wert ist und alles möglich ist, wenn man, ja, nur den Willen dafür zeigt. Ja, ich möchte jetzt nicht jedes einzelne vorlesen oder so, um das halt schon wegzunehmen oder jedes einzelne Bild zeigen. Wollte einfach das nur mal aufzeigen, weil, ehrlich gesagt, ich glaube, wäre ich nicht bei meiner Arbeitsstelle da, wäre ich nie auf so ein Buch gekommen irgendwie so. Das habe ich jetzt halt nur bei meiner Arbeit halt entdeckt und bemerkt, dass das halt sehr gut ist. Sonst hätte ich das wahrscheinlich nie mitbekommen, dass es sowas gibt. Und hoffe, dass Kobi Yamada, beziehungsweise auch Gabriel Baruch, noch mehr herausbringen in dieser Art. Kobi Yamada hat noch andere Sachen, aber Gabriel Baruch ist das erste, der erste Band, wo sie koloriert richtig, beziehungsweise illustriert. Und, ja, bin gespannt, ob da noch mehr in diesem Bereich rauskommt. Ich werde meine Augen offen halten und wenn dann was Neues, Tolles rauskommt, das genauso vorstellen. Und, ja, wenn dann, habt ihr jetzt Lust bekommen und habt auch Interesse, ist halt immer so, wie einem das halt ein bisschen was wert ist. Es ist halt nicht so viel, es ist relativ dünn, hat aber, wie schon gesagt, Top-Illustrationen und Top-Sprüche drin. Und, ja, sieht halt auch so, wenn man sich das so hinstellen wollen würde, auch sehr nett aus. Es ist halt auch so eine etwas größere, hochwertigere, ja, Gestaltung, sagen wir mal so, als andere Sachen. Und, ja, bin mal gespannt, ob das wäre. Ja, schreibt mir sonst mal in die Kommentare, wenn ihr das euch schon geholt habt, also das vielleicht schon kennen solltet oder wenn ihr das euch holen würdet und wenn ihr es gelesen habt, was ihr denn davon haltet? Findet ihr das genauso gut oder denkt ihr euch jetzt hier so, was stellt ihr uns da jetzt vor, das ist so ein Kinderscheiß? Das holen sich ja nur ganz depressive Leute. Ja, bin ich mal gespannt. Bis jetzt habe ich eigentlich immer nur Gutes gehört und vielleicht, ja, gibt das ja mal so einen kleinen Denkanstoß und wenn nicht, dann nicht. Kann ich auch nicht verübeln, wenn man da jetzt keine großen Interesse hat. Da, weil, ja, wie schon gesagt, es ist halt ein nettes Nebending. Es gibt ja auch viele Sachen, in denen man sein Geld auch besser investieren kann. Es ist aber auch wesentlich schlechter. Ja, das soweit mit diesem Buch. Ich hoffe, ja, es war interessant und, ja, wünsche euch dann aber noch einen schönen Tag dann soweit. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.